Was hast du da? Wie Film? Was ist denn? So, ist ja nur Werbung. Telekom? Die Rechner von Telekom ist hier. Ja Allah, ist das so lange her? 1180, nee 1128 und 10 Cent. Hier. Ist ja, ist ja krass. Na ja, was soll's? Soll ich dir ein Flugzeug draus machen? Telekom, ne? Aber wenn du dann fertig bist, schmeißt du in den Müll, ja? Ja. 1, 2, 3. Okay! Jajaja. current.